Ja, ich bin Mareike, Mareike Buhr und sitze auf meinem Schiff Moana, einem Katamaran, 47 Fuß, eine Platitec und ich bin in Grenada, gerade angekommen gestern tatsächlich. Ich habe Moana hier rüber gesegelt von Griechenland im letzten Jahr und jetzt, ja, seit einem halben Jahr bin ich in der Karibik und hangel mich so von Quarantäne zu Quarantäne momentan. Also ich bin tatsächlich seit drei Monaten jetzt ganz alleine an Bord. Normalerweise kommen Leute, um mit mir segeln zu gehen und seit drei Monaten ist gar nichts mehr möglich. Das heißt, wir hocken alle auf unseren Schiffen und die meisten Leute sind zwar zu zweit, ich bin alleine, aber man tauscht sich hauptsächlich über Funk aus, wenn man sich nicht sehen darf und das ist immer mal wieder der Fall. Die ersten zwei Monate sowieso, da war ich in Antigua, also ein bisschen nördlich von hier und da, ja klar, war Ausgangssperre, wir durften unsere Haushalte nicht verlassen, dementsprechend nicht unsere Schiffe und wir haben uns dann irgendwie über Funk unterhalten, aber sehen konnte man sich gar nicht. Und dann wurde es ein bisschen gelockert, man konnte sich mal treffen, aber ich musste ja nach Süden, also aus der Hurricane Zone raus und jedes Mal, wenn man in eine neue Insel fährt, wenn es überhaupt möglich ist, muss man wieder in eine Quarantäne, also 14 Tage an Bord bleiben und ich befinde mich jetzt in der zweiten Quarantäne, also nach Martinique, wo ich hingefahren bin, bin ich jetzt in Grenada und auch da, ab heute sozusagen bzw. gestern früh bin ich angekommen, habe ich 14 Tage, die ich absitzen muss auf dem Boot, bevor ich überhaupt irgendwo wieder hin darf. Das ist mühselig, ja, aber na gut, kann man auch durchstehen und ich darf immerhin ums Schiff rumschwimmen, ich kann mich ein bisschen bewegen, aber keine Menschen sehen und das ist immer schon ganz schön komisch. An Land geht das Leben hier, ich will nicht sagen normal weiter, ich glaube auch in Grenada gibt es noch gar keine Touristen, aber man darf wieder arbeiten gehen und solche Dinge tun und ich erstmal nicht. Ich muss mich ein bisschen gedulden und ich glaube, ich halte das durch. Ich bin am Rande zwar, ganz doll am Rand, also es hängt ein bisschen von der Versicherung ab, die einen sagen 10 Nord und die anderen sagen 12 Nord und wenn jetzt hier was ankommen sollte, wir haben ja ganz gut Vorhersagen, bin ich schnell, also wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen definitiv raus aus jeder möglichen Zugbahn und wenn ich weiter nördlich mich aufhalten würde, dann wäre es zu lang, auch alleine, weil ich ja, ich bin allein an Bord. Sprich, ich fahre nicht so gerne sehr lange Strecken alleine und versuche die so ein bisschen zu koppeln und hier fühle ich mich sicher und wenn ich weg müsste, dann sind das eben nur ein, zwei Tage nach Süden maximal. Das funktioniert. Theoretisch weg darfst du eigentlich immer, du würdest dann unter Umständen nicht wieder zurückkommen können, das ist das Problem. Denn sie haben hier richtiggehend Slots vergeben, also man musste vorher ein Ticket buchen, man musste einen Zeitraum festlegen und da musste frei sein sozusagen, sie haben immer nur so eine bestimmte Kapazität an Schiffen gleichzeitig reingelassen, alleine um das zu handeln, um das Prozedere mit den ganzen Papieren und solchen Dingen und auch den Platz hier. Es ist eine Quarantänezone, in der die Schiffe ankern, die ja, wie gesagt, festgesetzt erstmal sind und die ist irgendwann voll. Das heißt, sie versuchen das ganz gut zu organisieren und wenn ich diesen Slot aufgebe, also wegfahre, dann weiß ich nicht, ob ich wiederkommen könnte. Denn sie sind hier doch relativ strikt, was die Möglichkeiten überhaupt einzureisen betrifft. Aber ich, klar, wenn Hurricane kommt, wird alles nochmal wieder irgendwie, ich glaube, dann stellt sich alles nochmal auf den Kopf. Ich habe vor, jetzt hier nach der Quarantäne noch mindestens vier Wochen zu bleiben, auch ein paar Sachen am Schiff zu machen, nochmal aus dem Wasser zu gehen, unter Wasserschiff zu streichen, ein paar Reparaturen zu machen und dann nach Curaçao weiter. Das ist auch ein sehr sicheres Gebiet. Da gibt es hoffentlich wieder Flüge und das ist für mich existenziell, denn ich habe jetzt seit drei Monaten keinerlei Einnahmen, keine Leute können kommen, ich verschartere normalerweise und freue mich, wenn Leute an Bord kommen, aber man muss erst mal Flüge haben, damit das möglich ist. Und in Curaçao ist das ein bisschen wahrscheinlicher, hier sieht es noch ziemlich schlecht aus momentan. Ja, und das wird der Sommer sein. Dann hoffe ich, dass es im Herbst spätestens zur nächsten normalen Saison, also Ende November, wie da voll losgeht, aber auch da sind die Ansagen sehr unterschiedlich. Wir wissen das alles nicht. Geduld, Geduld. Ich bin Stefan Hausland, bin 52 Jahre alt, arbeite als Skipper, bin aktuell in Curaçao, bin ursprünglich im Mitte Dezember nach Kuba geflogen, um dort die Jacht zu übernehmen für Charterfahrten und sollte dann Anfang März dann als letzte Tour die Jacht von Kuba aus nach St. Maarten bringen. Und ja, und dann dort wäre ein neuer Skipper gekommen mit einer neuen Crew für die Atlantiküberquerung. Und als ich dann in der Dominikanischen Republik Zwischenstopp gemacht habe, kam schon die Meldung, es sind Maarten, hat die Grenzen zugemacht, wir sollen erst einmal warten. Und ja, dann sind kurz danach die Grenzen ja auch zugegangen in der Dominikanischen Republik und die Crews dann mit den Evakuierungsfliegern zurückgeflogen und ich habe halt wochenlang alleine in der Bucht gelegen und habe dann halt die Jacht gemacht. Ja, jetzt bin ich seit gestern in Curaçao, wir sind also dann, nachdem Curaçao unter gewissen Auflagen aufgemacht hat und das ja hurricanefreie Zone ist, das war ja unser Hauptproblem die ganze Zeit, sind wir dann von der Dominikanischen Republik aus am vergangenen Samstag mit einem Crewmitglied, der in der DomLAP lebt, jetzt hierüber nach Curaçao gesegelt. Curaçao hat als Regelung, man konnte hier mit Genehmigung, man muss sie vorab beantragen, einlaufen mit der Jacht, hat dann zwei Varianten, Variante 1, also man muss, wie gesagt, das vorher beantragen, man muss morgen zwischen 6 und 12 Uhr hier da sein, darf vorher nicht einlaufen, muss darauf warten, dass man von der Coast Guard begleitet wird, kriegst du dann eine feste Uhrzeit, also wir haben dann die ganze Nacht draußen zwei Meilen vor der Küstenlinie gedümpelt und wurden dann um 8 Uhr von der Coast Guard eingesammelt, hier reingeleitet, dann hast du Zeit bis um 18 Uhr, um dein Boot klar zu machen, dann musst du das Boot verlassen, vorher darfst du auch kein Fuß an Land machen und wirst dann in ein Hotel gebracht, wo du unter Quarantäne bist. So, eine Möglichkeit, 14 Tage, dann wird ein Schnelltest gemacht und dann darfst du dich hier frei bewegen. Zweite Möglichkeit, die jetzt für uns zutreffend ist, sind jetzt hier zwei Nächte und werden dann hier wieder abgeholt und direkt zum Flughafen gebracht und dann mit dem Flieger nach Amsterdam und weiter in Frankfurt. Ja, wir sind Marcel, Joanne und unser kleiner Hund Nico, der hier neben uns auf dem Sofa liegt und wir sind mit einer Kugmanns 40 unterwegs auf großer Fahrt, auf langer Fahrt, seit mehr als sechs Jahren. Und wir sind seit November letzten Jahres in Cochin, Indien, in Südindien und wir hatten gedacht, wir würden im März weiterkommen in Richtung Sri Lanka, Thailand und Malaysia und da ist uns das Coronavirus dazwischen gekommen und jetzt setzen wir hier seit einigen Monaten fest. Eigentlich wollten wir eben nach Thailand, wir gehören zu den ganz langsamen Seglern, andere haben schon die Weltumsegelung hinter sich und wir sind sozusagen auf der halben Strecke, wir fahren von West nach Ost, wenn man so will, von Europa gestartet, Mittelmeer gestartet, über die übliche Route, Kap Verden, dann ein Abstecher nach Gambia, Westafrika, von da aus nach Brasilien, die ganze Küste runter und nochmal, was uns so gefallen hat. Dann wurden wir aber aus dem Land rausgebeten und haben nochmal Atlantik, diesmal Südatlantik gemacht, nach Kapstadt und so weiter und so fort. Und jetzt fast schon seit sieben, seit acht Monaten in Indien. Es kam sehr schleichend, man muss dazu sagen, dass wir hier absolut von englischsprachigen Medien abhängig sind. Also alles, was irgendwie vielleicht dann in Hindi oder anderen hier üblichen Sprachen in Indien in den Nachrichten lief, das haben wir dann auch nicht mitbekommen. Und ja, also die Thematik war schon relativ früh hier, Januar, Dezember fing es vielleicht schon an. Januar auf jeden Fall. Wir haben eine Verlängerung hier gemacht, also sogenannten Visa Run. Ich bin nach Thailand geflogen und Marcel nach Sri Lanka, weil einer von uns mit dem Hund hier an Bord bleiben musste. Und auch in den beiden Ländern war das noch gar kein so großes Thema. Wir hätten aber nie gedacht, dass die plötzlich das Land, also dieses Land, Indien, zumachen. Das war Ende Januar mit dem Visa Run. Und der Shutdown, der kam dann im März ziemlich plötzlich. Wir waren gerade auf dem Weg in Richtung Sri Lanka und haben dann innerhalb von kürzester Zeit alle Länder um uns herum zugemacht und wir sind nicht mehr weggekommen. Ja, also es gab einen ungefähr 90-tägigen, würde ich sagen, 90-tägigen, sehr strengen Lockdown und mittlerweile ist fast wieder Normalität eingetreten, obwohl die Fallzahlen jetzt deutlich steigen. Ja, das ist natürlich alles in der Frage der offiziellen Zahlen, inwieweit man diesen Zahlen überhaupt Glauben schenken darf, kann. Für uns war der Lockdown erstmal ein Schock, weil wir sind auf einer innerstädtischen Insel. Die hat nur eine Brückenverbindung mit dem Festland und die Brücke wurde abgesperrt von der Polizei. Es durfte hier keiner drauf, also auch keine Lieferanten und wir durften nicht raus. Also wir als Ausländer speziell, alle anderen Inder, durften eben zum Einkaufen in bestimmte Geschäfte und uns wurde das von heute auf morgen verboten, aber es gab auch gar keine andere Regelung, wie wir uns selbst sonst versorgen könnten. Und insofern waren wir die ersten ein, zwei Wochen so ein bisschen unter Schock. Ich habe auch deutsche Botschafter angemailt und ein Ponsulat, aber bis die reagiert haben, haben wir uns selbst geholfen. Und die angeboteten Flüge konnten wir nicht in Anspruch nehmen, da wieder unser Hund eben das Problem darstellt, da die Örfenklinien keine Haustiere mitnehmen wollten. Die Pläne ändern sich im Moment von Woche zu Woche. Eigentlich warten wir darauf, dass Thailand und oder Malaysia wieder aufmachen. Da hören wir jetzt aber von sogenannten Travel Bubbles, dass also nur bestimmte Länder rein dürfen, andere nicht. Und da wird Indien mit Sicherheit zunächst nicht dazu gehören. Wir bereiten uns mental etwas darauf vor, im November durchs Rote Meer ins Mittelmeer zurückzukehren, weil wir davon ausgehen, dass diese ganze Situation sich noch für 12 bis 24 Monate hinziehen wird. Dass Reisen nicht ganz so einfach ist, wie es noch zu Anfang des Jahres war. Das kann durchaus passieren, dass nach der Wiederaufnahme der internationalen Flugverbindungen man uns dazu drängt, das Land zu verlassen. Wenn das so sein sollte, dann hätten wir noch die Option, wieder nach Ostafrika zurückzusegeln. Kansania lässt Segler rein. Wir hätten die Option, eventuell nach Mayotte zu segeln oder auch nach La Réunion, wobei da die Zyklonsaison dann wieder anfängt. Das ist also keine wirklich gute Option. Insofern wäre dann vermutlich die einzige Möglichkeit, die Zyklonsaison, die die Zyklonsäu sind. Also wir sprechen jetzt, wir kennen diese Länder, wir kommen ja daher, das ist unsere Strecke gewesen, bis Indien auf dem Weg nach Thailand oder Indonesien. Insofern kennen wir diese Länder durchaus. Wir sind ein bisschen, um ehrlich zu sein, momentan noch seit ein paar Tagen sehr geknickt, denn Seychelles, das ist von uns nicht allzu weit und es liegt in einem sicheren Gewässer. Also wir haben dort nicht mit Zyklon zu befürchten oder an das unangenehme Startwinden. Seychelles hat für Segler die Grenzen aufgemacht, mit bestimmten Auflagen. Man muss sich vorab dort werben, um eine Aufnahme, um eine Genehmigung. Das haben wir getan. Die wurden ja sozusagen von bestimmten Behörden angenommen und das hört sich ja alles sehr gut an. Die wollten aber diesmal wirklich alles nach Vorschrift und alles richtig machen und haben unseren Bordhund, den ICO, angemeldet mit allen erdenklichen Zertifikaten und Impfungen von europäischen Impfpass, lückenlos und so weiter und so fort und haben dann zwei Tage später einen Negativbescheid beziehungsweise eine Ablehnung bekommen. Wir konnten es einfach nicht glauben, dass in so einer Phase beziehungsweise wir haben gehofft, dass es vielleicht ein Gespräch, eine Vermittlung gibt seitens des Konsulats. Dort haben wir aber eine sehr knappe Antwort bekommen, dass die wiederum uns nur auf die Gesetzesleiter verwiesen hat und man sah keinen anderen Spielraum dort für uns einzusetzen. Ja, mein Name ist Martin Dalldorf, aber die meisten kennen mich wahrscheinlich eher unter M. Jumbo. Im Moment bin ich hier in den Niederlanden, in Seeland, auf meiner Segeljacht hier auf der Jumbo. Das ist eine Bavaria 34 Holiday. Ich habe im Prinzip im Januar angefangen, eine Atlantic-Runde zu segeln. Ich bin im Januar von Lanzarote aus gestartet und war dann Anfang Februar auf Guadeloupe und hatte eigentlich vor, so ein paar Monate gemütlich, die Karibik zu besegeln. Die ersten sechs Wochen alleine und dann hatte ich schon den ersten Besuch, meine Taku. Die sind dann montags gekommen und dann haben wir noch ein paar Tage ganz gemütlich die Karibik genossen, coole Beach-Restaurants. Ich habe natürlich auch immer die Nachrichten zu Hause verfolgt und es war schon die Corona-Krise ausgebrochen. Und in der Karibik hatten wir da gar nichts von gemerkt. Es war alles noch so weit weg. Und dann ging das aber auch ganz, ganz schnell. Dann wurden schon auf den Maten, dort wo sie eingezogen sind, wurden schon die ersten Einreisebeschränkungen erlassen. Das heißt, meine Crew konnte nicht mehr zurück nach St. Martin, weil wir da ordentlich alles auskariert hatten. Ja, und dann ging das alles rasend schnell. Dann waren wir auf St. Barth und dann haben wir relativ kurzfristig über Nacht den Türen abgebrochen. Dann ist meine Männercrew nach Font-de-France, nach Martellique geflogen. Arndtke sollte ursprünglich auch nach St. Martin kommen. Die hat es dann irgendwie noch geschaffen, Partage vorher auch rauszufliegen. Ja, und dann waren alle Wächter, dann bin ich im Prinzip dann einand nach Süden gesegnet, nach Martinique. Und als sie auf Martinique ankam nach zwei Tagen, ist ein Zweiteitschlacht gewesen, ist aber nach dort auf Martinique ein Dekret erlassen worden. Und dann war praktisch auf Martinique der Lockdown. Ja, und dann kam ich da an, da war schon alles dicht. Ich konnte also an dieser Tankstelle, wo ich einklarieren wollte, konnte ich nicht mehr einklarieren. Auch in dem Customs Office, da kamen noch zwei Briten vorbei, mit einem Schlauchbuch, wollten eigentlich an der Tank, aber die hatten wir dann auch gesagt, im Customs Office ist auch alles dicht. Das heißt, ich konnte schon nicht mehr einklarieren. Auf St. Barth ist natürlich auch noch von mir jetzt aufklariert. Das heißt, im Prinzip zwischen den Inseln gestrandet. Und ich befand mich dann jetzt hier auf Martinique ja eigentlich auch schon illegal, als illegaler Einwanderer quasi. Ja, Anke, die ja ein paar Tage vorher gelandet ist, die ist dann mit der Vermieterin mit dem Auto gekommen. Die hatten dann noch vorher angekauft, im Supermarkt, die natürlich alle gestimmt waren. Weil jeder Sorge hatte, dass es in ein paar Tagen nichts mehr gibt. Die hatte noch das Notwendigste dann an Lebensmitteln gekauft. Die Vermieterin war dann noch so freundlich, mit mir dann zur Tankstelle zu fahren. Und dann habe ich links die Dieselkanister noch mal gefüllt, dass ich Diesel hatte. Ja, das war so ein bisschen surreal alles. Da war ganz klein bisschen Endzeitstimmung. Und dann war Anke und ich dann auf dem Boot und sind dann nur ausgefahren. Und da wusste man quasi gar nicht, wie es weitergeht. Wir hatten dann von den Briten noch gehört, dass irgendwie in St. Anne und Le Marais auf Martinique das Einklarieren noch möglich sei. Sind dann abends dann bis dann an zur Bucht gefahren und da haben wir in Anker fallen lassen. Völlig fertig, völlig müde. Haben abends noch Nudeln mit Tomatensauce schnell gegessen. Und dann waren wir auch, wir waren so platt, ich natürlich auch von dieser Einhandfahrt noch runter, zwei Nächte durch. Ja, und am nächsten Morgen habe ich dann noch mal mit den Briten telefoniert. In La Marais konnte man auch noch reinkriegen, haben sie gesagt. Ja, ich dann zur Tankstelle gefahren, ist noch mal Waterdiesel gebunkert und Wasser gebunkert. Auch noch mal Campinggatsflaschen zweifelig drauf, dass wir irgendwie unabhängig waren. Die konnte man nämlich da auch kaufen. Ja, und dann sprachen wir mit denen, glaube ich, das war die Schweizer machen. Da waren wir Schweizer, die hatten gesagt, ja, hier könnte man in dem Hafenoffice könnte man auch noch einklarieren. Da bin ich dann natürlich anschließend auch sofort hin. Bin dann hoch und dann hatten die schon die Türen dazu. Dann stand schon jemand mit der Maske auf und er guckte nur aus und fragte mich, was ich denn wohl wollte. Und ich sagte Customs Clearance und dann nickte er nur so. Ja, dann haben wir erst mal durchgearbeitet, dass wir wenigstens wieder irgendwo einklarieren konnten. Ansonsten, denn eine Insel nach der anderen hatte dann dicht gemacht. Und wie gesagt, das ist ja relativ schnell alles passiert. Eine Insel nach der anderen machte dicht und das war alles im Vorraum innerhalb von einer Woche. Vorher hat man auch gedacht, das ist gut. Wir sind so ein bisschen außen vor in der Karibik, aber das hat uns das ganz, ganz hart und schnell eingeholt. So, dann haben wir da einklariert und dann waren wir auf Martinique dann. Ich glaube, insgesamt haben wir dort acht Wochen geankert. Franke war fünf Wochen dort. Viel machen konnte man nicht, aber das Gute war, wir konnten einkaufen. Die Tankstelle war immer offen, das heißt, wir konnten auch immer Wasser dort bekommen, Frischwasser. und wie gesagt, Supermärkte wurden immer offen. Das war zwar sehr reglementiert, das heißt, die Anzahl der Menschen, die dort in den Supermarkt reinkamen, war begrenzt. Das war noch immer vor diesem sogenannten Leader Price auf Martinique. Das waren auch immer sehr lange Schlangen. Das heißt, wenn ich da eingekauft habe, habe ich eine halbe Stunde gewartet. Und das alles zu einer Phase, wo es in Deutschland eigentlich noch relativ locker war. Ja, und in Supermärkten hatten die tatsächlich dann alle schon Maskenpflicht. Die Laufbänder wurden nach jedem Kunden sauber gemacht, das heißt, unheimlich viel desinfiziert. Das Gute war, die Regale waren tatsächlich die gesamte Zeit, die ich dort vor Anker auf Martinique dort gelegen habe. Es waren die Regale immer voll, denn, das haben wir hinterher auch rausgebrannt, was Geheimnis war, die waren eigentlich auch viele vergessen. Denn Lameron ist eine große Charterbasis und dort lief dann erstmal die Nachschubwelle und dadurch, dass die Chartergiste ausgeblieben sind, waren die Regale immer voll. Ja, wir hatten uns dann nach einer Woche Lameron nach Saint-Anne verlegt und haben dort geankert und haben dann gemeinsam ankündigt die fünf Wochen da verbracht. Es waren natürlich auch ein paar andere Deutsche um uns herum, mit denen man ab und zu mal quatschen konnte, natürlich alles aus der Distanz heraus. Die Franzosen haben auch sehr stark kontrolliert dort, das heißt, da flog täglich auch der Hufschrauber zweimal über diese Bucht hinweg. An Land war dann auch Marta-Marie, die regelmäßig kontrolliert hatte. Man konnte sich an Land legen für eine Stunde am Tag, man musste sich selber eine sogenannte Ausgebescheinigung ausstellen. Das war aber alles relativ unproblematisch. Wie gesagt, die Supermärkte waren auch offen. Restaurants zum Schluss zumindest Take-away, das heißt, man konnte was bestellen. Das Schöne war in dieser Bucht von St. Anne, ich habe morgens immer ein Pool vorbei und die Wachtel immer Früchte Baguettes und auch Früchte und das war total klasse. Wir haben das Beste aus der Zeit dort gemacht, bis Anke dann ihren Rückflug hatte und dann habe ich quasi schon angefangen auch die Rückfahrt aus der Karibik nach Europa vorzubereiten und bin am 10. Mai dort gestartet. So, jetzt war es natürlich so, dass ich meinen ursprünglichen Plan nicht mehr umsetzen konnte, denn eigentlich wollte ich zu einer Zorn segeln. Dort sollte Anke dann nochmal kommen und mich dort besuchen und wir wollten ganz gemütlich zwei Wochen via Zorn dort besegeln und anschließend wollte ich dann weiter durch den englischen Kanal, wollten wir nochmal die englischen Kanale anschauen und hatte dort auch nochmal so zwei Monate eingeplant für eine ganz gemütliche Rückfahrt. So, das war jetzt alles nicht mehr möglich. Zum damaligen Zeiten noch starke Einreisen auf den Azorn, deshalb selbst Segler, die nachweislich auf See in Quarantäne gewesen sind, denn zu einer Zorn fährt man auch so drei bis vier Wochen, mussten dort in Quarantäne, durften nicht an Land auf Horta und ich hatte mir überlegt, soll ich mir das antun, jetzt zu einer Zorn zu segeln und dann im Prinzip nur Diesel, Wasser und Proviant bunkern und hatte mir überlegt, dass ich eigentlich der Zorn auslassen möchte, weil es ja halt auch schon unwahrscheinlich war, dass Anke dann zu Nationen fliegen konnte. Und habe das Boot dann soweit verproviantiert und glättig gemacht, dass ich unter Umständen auch nonstop von der Karibik aus nach Deutschland sehnen konnte. Das habe ich letztendlich dann auch so gemacht und das war auch richtig, denn plus drauf hatten auch die britischen Inseln eine Quarantäne verhängt, da kam man dann auch nicht mehr so rein, selbst in Brandit ist das nicht mehr ganz so einfach gewesen. Dann bin ich quasi von Martinique nach Helgoland nonstop gefahren, das waren dann 42 Tage und 5130 Seemahlen und bin jetzt vor kurzem am 21. Juni auf Helgoland angekommen, super Fahrt gewesen, ich habe die sogenannte Großkreisroute gewählt und die Großkreisroute hat drei Zweige, der zahlbar den südlichen Zweig, der geht zum Ärmelkanal, der mittlere Zweig nach Irland und der nördliche Zweig oben um Schottland herum, das ist eine klassische Segelroute, die von der Ostküste der USA und auch Kanada aus nach Europa geht. Ich hatte mich natürlich voll informiert und wollte ganz gerne den nördlichen Zweig der Großkreisroute segeln, was ich dann auch gemacht habe. Das war super spannend, insbesondere wenn man 44 Breitengrade überquert, also von Martinique aus, am südlichsten Punkt, bis rauf im Norden von Schottland. Das waren dann von 14,5 Grad nördlicher Breite auf 58,5 Grad nördlicher Breite. Ja, da durchfährt man schon so einige Klimazonen. Wenn ich am Anfang immer so in Badehose war, ging es dann weiter Richtung Norden und auf einmal hatte man schon eine lange Hose an und hinter man eine Jacke, Pullover hinter die ganz dicke Jacke. Das war ganz lustig. Ja, aber so hat alles gut geklappt. Ja, und jetzt bin ich hier in Niederlanden. Ich war dann ein paar Tage auf Niederlanden, habe ich dort ein bisschen ausgeruht und bin dann hier runter nach Seeland gefahren, in Niederlanden. Das hatten wir noch nicht gesehen hier und das möchte ich jetzt hier für die nächsten zwei Wochen noch machen. Ich noch ein bisschen ausruhen, schlafe im Moment auch sehr viel. Das heißt, als Anlandsegler hat man natürlich nicht die Möglichkeit komplett durchzuschlafen, weil man regelmäßig kontrollieren muss, was mit dem Schiffsverkehr läuft das Boot noch in die richtige Richtung, was macht der Wind etc. Also ich habe natürlich auf der gesamten Fahrt Intervallschlafen gemacht, zum Schluss dann auf der Nordsee auch kürzere Intervalle. Das sind auch so ein paar Langzeit Nachwirkungen, aber ich ruhe jetzt hier unheimlich viel Schlaf nach. Ja, regeneriere mich hier in Niederlanden. Ich werde sehr, sehr schön hier, was wir bisher schon gesehen haben. Ja, so ist der Stand der Dinge im Moment.